hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück in 7 days to die mit mir dabei der gute dante grüß ich hallo denn ich bin nicht mehr alleine dante hat asyl bei mir beantragt habt ihr letzte folge gesehen und ja letzte folge horde haben wir ja recht bequem überlebt ich auch vor allen dingen ja und wir sind jetzt gerade noch in vorbereitung dauert noch ein paar sekündchen hier bis dein werkzeug fertig ist und dann werden wir mal eine kleine gut machen und du mal bitte aus der tür aus aufgetankt sind die moppels gegessen hast auch wo willst du das eisen genommen von der eisen von der eisen firex guck mal unten hier die kisten die rechte und krieg keinen schreck wenn du da rein guckst ist nur noch zu für mich ja dann macht mein ding so ich hätte doch nicht reingucken sollen schade dass es hier keine keine facepalm gibt bleib mal stehen nicht ich will immer was testen a pvp auch an das auch eine pause nicht testen nehmen nehmen etwas hier und 13 sekunden ist die die firex fertig und dann dauert noch mal zweieinhalb minuten bis die epx fertig ist so hattest du nicht irgendwas von steel crossbow dingern erzählt letzte folge ach so habe ich dir nicht gegeben doch das habe ich habe ich die aus ich bin ich mir ganz sicher dass ich die gegeben habe habe ich die aus versehen mit rausgepackt ja guck mal im fußbohnen apropos siehst du lange überwarten achte mal ja doch stimmt das war ja vorderhorte noch ja sorry hast du aufgenommen ja habe ich habe ich dann hast du doch so die mumpeln kommen hier weg die klamotten kommen auch woanders rein machen wir einfach mal so ich sortiere mal kurz noch den restlichen loot hier aus der order weg ja ich sortiere kurz mein inventar ein bisschen das halte ich für eine gute idee so torches brauchen wir ja nicht mitnehmen oder ach was witzig mit torches du hast eine lampe auf der mütze stimmt eigentlich stimmt auch so die erste pickaxe äh quatsch steel ex ist schon fertig da für dich ein bisschen cash so kam kiste so weiter jetzt denn ich sag lieber nicht wirklich würde ich dir ja dankeschön ich hatte doch noch nicht doch ja das sind normale Klamotten die können eigentlich wechselt mir okay Mensch wo bist du schon wieder ja lass mich warum nur so weil es kann ich habe gerade noch 138 Fäder gefunden deswegen 183 Fäder und was machst du jetzt für ein Schwachsinn du kannst da einfach das Zeug drinnen lassen weil ich habe mir noch über 285 jetzt mit den 306 von den Dingen hier bitteschön ach so da braucht das doch ich habe immer Vorrat ach mir fehlt Holz scheiße lass mich raten ja wollte ich gerade sagen lass mich raten hat er auch gut rumwiegen alter äh first 8 Kiste ist das hier so also ist die erste Kiste schon mal fertig hast du auch noch einen Wald übrig gelassen oder ist der weg nachgepflanzt ach stimmt das geht ja hier ja gut Plank Fibers oh Shotgun Mumpeln lagern wir erstmal eins so Grain Alkohol Bier um elf haben wir es jetzt schon naja achso kannst ja mal gucken ob das Zeug fertig ist ahja der Pickel ist fertig ja ja normal dann werde ich jetzt mal aufbauen hier mit hm so dann hat er das Papier noch weg und dann auf die Plätze fertig los wa Gott Yay Tür zu oder? Ach lass offen Gott Kommt ja eh keiner rein meinste Traut sich doch keiner her hier Ja? Was soll das? Hier kleinen Schissbuchsen Hey 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 ich bin hier ja Ja auch nur weil dir nix anderes übrig geblieben ist Haaaaaa Na was hättest du gemacht wenn ich dich nicht aufgenommen hätte? Tja dann hätte ich mich irgendwo in einem tiefen Loch verkrochen und alleine gemacht Der war gut Was? Der war gut Nein So sag 0 0 statt Ja 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 Sollte ich mal denken Damit es auch spaßig wird Für dich Na tu mal nicht so als hättest du jetzt Stress Nö habe ich doch nicht habe ich doch nicht gesagt Ich gehe ja mal davon aus dass du dich dann amüsierst wenn ich nicht klar komme Ich werde auf jeden fall auf meine kosten kommen da brauchst du keine Gedanken Boah alter was du rechnest doch schon damit Mindestens wenn ich sogar mehr Ja War es ganz seltenes ein Airdrop Airflop Ja Kannst du dich noch an den Anfang der Serious erinnern? Ja Ich habe auch rausgekriegt was es war Ja? Was war es denn nun? Ähm Das Das Griff was die Dinger spawnt hatte sich aufgehängt Eigentlich stand der auf alle vier Tage Der hatte sich aber so dämlich aufgehängt dass der alle vier Sekunden einen Airdrop gespawnt hat Ja das hat man gesehen War schön gelb ringsrum Ja Vor allem hat es ja auch gleich die Spielerposition im Prinzip schon verraten wo man eigentlich ist Ja leider So warte mal Hier war Bällchen Hier hoch müssen wir Achso war ich dich einchen Ja ich hab dich getrackt Gut Ich seh nicht Ich seh nicht Ich seh nicht Ich seh nicht So Wo hatte ich hier in der 00 Stadt einen Shotgun Messiahie gesehen da würde ich ganz gerne rein Da müsste eigentlich von der Seite aus ziemlich am Anfang von 00 sein Ja schauen wir mal Ich glaube es ist auf der Seite und auf der anderen Seite eher noch Hoppala Bin ich glatt über ein Zombie hier fahren Achja als ob das jetzt Schon wieder Das tut mir aber leid Ich hab ein Brendan mitgenommen Das er so einsamer ist Ja das war doch ein Schritt gerne oder? Auf jeden Fall war ich doch Ja Weiser Den hatte ich auch schon aufgemacht Hat er hier war echt nur scheiße drin Das ist bis jetzt schon alle Kisten durch Ja Dauert doch nicht lange Ich glaube aber irgendwo ist ja noch was Was ist noch was? Ne wir müssen ja noch eher noch sind irgendwo in der Stadt hier Ich hab mal Bier hier oder was ist denn das? Ach doch Ach Gläser Gläser brauchen wir nicht mitnehmen Dann können wir uns tot schmeißen So Aber Hä Ist das eine Biene? Klatsacher Ja Nicht getroffen Ach Maja Lass Komm Lass Willi Lass Willi Lass Willi Was ist wenn es Maja ist? Hm Lass ich mich trotzdem nicht stechen Jetzt kamen sie gerade Fangen wir aus Oh Ähm Schämen zu Brauchen wir nicht Also ich weiß nicht genau wo aber irgendwo ist hier noch einer Ja Finden wir schon Ich fahr mal eine Parallelstraße ab Jo Ah hier ist der Skaterpark und die Raiderstation Ja Und ein Hund Und eine Biene Und eine Biene Maja Bassbar Irgendwann kommt noch der Grashüpfer Willi Ne der Grashüpfer war Flip Wer war denn Willi? Na die andere Biene Verstand Der Schisser Huh Stimmt Also du In Bienengestalt Hahaha Das war jetzt so klar Natürlich Oh was ist denn das hier? Ein Crack & Booklan Na da gucken wir doch noch mal rein Ja Ja Was denn hier los Leute? Ey komm mal her Jo Hier ist Party Gibt bisschen was zu tun Party Na Digga Ja Alles schick Wo ist er denn? Da ist er Guck mal ich grad mal einen Polizisten gehabt Oh eine Bassbar Kenn ich irgendwo ja Vor der Bassbar ist auch grad einer Hals bin ich schon vorbeigefahren Okay Die Viecher halten noch mal ein bisschen was aus hier Ja Tun sie Ah Da ist noch ein Kopf Endlich ist der hin Ach hier ist das auch Hier ist auch dieses komische Oh der Hund Noch ein Kopf Noch ein Kopf Zwei Hunde Na dann machen wir mal ein bisschen Krach Was? Boah Alter Warst du das jetzt gerade? Nein das war ein Kopf Na Digga Na ja Ich müsste erstmal irgendwie eine Chance haben vom Bike abzusteigen Achtung da waren zwei Hunde grad hinter mir Ach hast du schon Na Digga Was haben wir schlechtes hier gegessen? Oder was ist los hier? Was ist los hier? Da dreht sich erstmal am Preis Na Du wirst doch wohl nicht Na Nicht Mein schönes Moped Was? Ja der ist neben meinem Moped explodiert Ah ja es hat er nicht abgekriegt Wow Oh Uff Ach das war knapp Sorry Oh da ist ein Hund Ja den habe ich gerade versucht auszuschalten Hund weg Au Geh weg Er war Schmeister Der hat mich angebrochen Angebrochen? Ohpala Der war instant tot Autsch Hast du da schon wieder Hunde am Marken? Ja und ich blute Hast du was zum heilen bei? Hab ich Süße ne Ist doch halb so schlimm Sonst denke ich immer nicht dran Diesmal habe ich dran gedacht Oh Daneben Guck mal ein Glühwürmchen Glühwürmchen Nix drin So Gehen wir mal klopfen Klopf klopf Hallo Hallo Knife-Rifle-Shamatic Hunting-Rifle-Shamatic Flash-Hammer-Shamatic Pistol-Book Kannste denke ich mal alles schon oder? Ja Gut Achso Was sagt denn dein Wappenskill? Warte Kann ich dir gleich sagen? Ist der schon 100? Ansonsten kannst du die Dinger lesen Welchen willst du jetzt genau? Weaponsmithing Weapon, 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 Weapon 68 Jut Dann kriegst du die Dinger hier Also Ja Dass du da ein bisschen skillst Weil ich hab da schon noch 100 Versteckst du Im letzten Gang Und noch nicht weiter Oh Minibike verdammt shit Hab ich auch grad gefunden So So Müssten Hier Ins untere Pack ich dir das mal rein Ja Äh Wollst Der war da aktiv Die Pflaume Bleib doch mal ruhig So Du wirst hier vorne hineingucken Wovor du alles lootest So Unten Nein Andere Seite Ja Ist doch gut Richtig Das ist doch gut Mecle noch Warte mal Hatten die nicht noch so was wie ein Lagertresor hier oder auch so was? Ja Im Büro hinten Tatsache Ja Oder nur ein Scheiß drinnen Oh Äh Hier hinten In dem Kabinett Ist nochmal Wo? Ähm Sag schon Hunting Rifle Schematic für dich drinnen Da gibts irgendwie Sand am Meer He So Bullet Casings Nischt Wieder nischt Oh In der Kiste wenn du rauskommst rechts ist nochmal Sniper Rifle Schematic drinnen Ja Das müssen wir unbedingt versteckt halten Wir fehlt ein Stück Was? Wo fehlt ein Stück? Ja Fehlt ein Stück Band Oh ja Das ist leid das ist das ist das ist das ist der Abzug Ah Alles klar Falls man einer ordentlich wisse Dampf ablassen muss Ja So eine grüne Wrench Brauchst du eine? Brauchst du eine 600er Brauchst du Leid? Was brauch ich? Leid 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 Duck Tape Plastik Ports Ja Nimm mal mit Nimm mal mit Oh ne blaue Waffe und mumpeln Und kacke Kannst du auch mitnehmen Brauchst du die kacke? Nö Nicht wirklich Ach du machst das mit Fleisch he? Ah ne doch warte mal Äh Fertilizer Genau Nimm mal mit Das kann man stacken Scrap 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 Ich höre ne Biene Ich höre ne Biene Ich höre ne Biene Ah ja Ah ja Ich hab sie nicht gefragt wie sie häst So Wollen wir mal gucken was hier noch so schönes ist in der Stadt Wir haben noch ein Parkhaus für Autos Wir könnten ja mal an Raiderspaces nochmal looten Hier ist noch ein Crack im Bokel an Und hier ist ein Kauer Dingsbombs da Willst du nochmal rein hier? Geh mal weg hier Hä? Biene Hinter dir Biene Oben Ojo Immer mit der Ruhe Ojo Naja die kommen von alleine ran Oder auch nicht Hm? Ah Was ist denn hier los? Die haben Spaß würde ich sagen No Der nicht mehr Ah Das ist ne Ölraffinerie Oder auch irgendwie sowas Fett Also wenn wir mal ein Bett 7 brauchen Erste Anlaufstation Na Digga Ach komm lass den Der will wohl Der will wohl spielen Jetzt lieg ich doch Kann noch ein Liegen spielen Da ist Biene Na ja BAM Hast du ein Messer bei? Ich hab ne Meins grad dich Äh ne das hab ich glaube ich auch in die Müllkiste mit reingesplissen Achso Naja denn So der nervt nicht mehr Hello Nischt Nischt Oh ihr fehlt schon ein Regal die Schweine Nochmal Minibikes Nochmal Minibikes For Dumpshits Alright Crossbar Schirmatic Alright Ah Siehste Wie sieht's denn bei dir eigentlich mit Armorklamotten aus? Ähm Brauchst du was vernünftiges oder? Ja Ich hab jetzt bis jetzt nur normale Klamotten an glaube ich Wenn ich mich nicht irre Okay Müssen wir auch mal in Armbeilelegenheit Ich muss gleich mal gucken Kannst du jetzt auch nicht so genau Na hier war's schon So dreimal McGalvers Book Dann nochmal Hunting Rifle Armor Boots Iron Armor Boots Und chest So So Ich hab hier Shotgun Hä Wieso geht das auf Mistcraft Das ist ein Quatsch Ja Ne Weapon Okay Dann hab ich's umsonst gelernt Ah So Zeck Ah Hier war schon mal jemand drinnen Amor Smithing Okay Ach der Leather Book ist das Ne McGalvers Book Kann das sein dass ihr hier schon schon mal in der Stadt wart? Äh In letzter Zeit aber eigentlich nicht mehr Hm Wieso ist wohl leer? Nö Aber auch von hinten schon aufgeschlagen Also irgendwie hat sich hier hinten mal reingebuddelt Na das kann ich aber gewesen sein War aber auch schon etwas länger her Naja war jetzt nicht so ertragreich Mal Papier Mal gucken ob wir hier was schönes rauskriegen Hm ja ein Ending war dabei Und das war Naja Scheiß Engine 144er Qualität Wenn sie also voll in eine Tanne treten Dafür kannst du ja kombinieren Hello Sag ich jetzt mal Und dann gucken wir hier in das Auto nochmal rein Brauchst du noch Sprit für dein für dein Moped? Ein bisschen was kannst du neu machen Ja Weil du was über hast Ja Ich hab grad ein bisschen was bekommen hier durch die Autos Was haben wir hier noch? Bullet Casings Guck mal da Ah ne die hab ich in der Tasche Was denn? Und Und Da war nichts sinnvolles bei Ich meine doch eine scheiß Batterie wäre dabei gewesen Oh man Du klingst irgendwie enttäuscht Ja Du klingst irgendwie enttäuscht Ein bisschen Ach ich bin ja Biohazard Scheiße Hm Zuhause noch Antibiotics Da liegt die Biene noch draußen wegen Honig Ist es auch weg Na du hast doch kein Messer Nehm ich der Axt Ja aber da kommt eigentlich die Wahrscheinlichkeit fast fast null dass du da was sinnvolles rauskriegst Ja Hätte man ja trotzdem mal drauf einschlagen können Wo rennst du rum? Ach hier Alles klar Ich brauche hier die Autos mausen Ich seh das Ich seh das Hm Hast du mal noch Platz im Inventar? Äh Warte Twee Plätze Na das reicht Drei Drei hab ich Na komm mal her Äh Nimm mal das Und Nimm mal das und das bitte Hab ich Und Da gab natürlich wieder nichts vernünftiges Oh Da vorne am Tor steht einer Der bettelt um Einlass Wo denn? Vorne am Haupttor Ach da vorne Ich meine in Lampegrund Wir haben doch Voll zu dunkel Ja Eigentlich Schnee drunter Da stehen sie Na? Traut euch? Was macht der denn da? In und her renn Da kommt er rein Da kommt er rein Da kommt er rein Du musst du mal gleich übertreiben Was? Na dicker Noch einer Oh ein viraler Shit Ich würde sagen auf die Bikes Bist du? Ja Bist du? Bist du? Worte ich wenn da Okay Wollen wir nachts auch viraler Okay Das Ja ich glaube das hat was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun denke ich mal Bin nicht gut Bin nicht gut Oder weil es 0-0 ist Jetzt bin ich über den Feralen drüber gefahren Awww Das arme Awww Das arme Ding Jaja Na klar Tut mir das jetzt auch ein bisschen leid Eine Bank Cool Da können wir morgen mal reingehen Ja Und für euch ihr Lieben Das seht ihr dann in der nächsten Folge Wir werden jetzt hier Ganzes Move mal nach Hause tingeln Und den Loot auskippen Und dann werden wir auch mal gucken ob wir noch so schönes machen Wenn wir noch ein bisschen mine gehen Material sammeln für Meine neue Base Wo dann der denn anscheinend